Hallo ihr fantastische Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge RetroPanda quält sich Special. Das Format in dem ich blind in relativ schwere Spiele einsteige und wer mich schon länger verfolgt weiß mit schweren Spielen habe ich es leider nicht so. Ich spiele diese ungefähr zehn Minuten mal an und mal gucken wie weit ich komme. Die Spiele wünscht ihr euch nämlich zum Glück und heute gibt es einen Wunsch von Loxagon und vom Farmerslide Bob. Und zwar habe ich dieses Video mal unter dem großen Thema Megaman gestellt. Also erstmal spielen wir den ersten Teil auf dem NES und dann den fünften Teil auf dem Gameboy mit der Megaman Serie an sich habe ich nicht so viele Berührungspunkte. Ich habe damals als Kind Dr. Wileys Revenge gehabt auf dem Gameboy und das auch sehr ausgiebig und gerne gezockt aber ich kam irgendwie nie so wirklich wirklich weit ehrlich gesagt. Und da bin ich mal gespannt wie sich diese Teile schlagen und ich würde sagen genug der langen Vorrede fangen wir an. Dieser Teil hat jetzt also diese wirklich super lange und erfolgreiche Serie gestartet. Soweit ich weiß hat das aber nicht schon guten Ruf aber so richtig geht es glaube ich erst ab dem dritten Teil auf dem NES los wo man sagt okay da haben wir einen Qualitätssprung oder war es der zweite Teil. Ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus mit der Serie als ich. Auf jeden Fall ist der erste Teil wird soweit ich das mitbekommen habe eher angesehen als hey hat die gute Grundlage geschaffen aber so hunderttausendprozentig ist es noch nicht aber ich würde mal sagen schauen wir mal rein. Wie natürlich bei Megaman üblich kann man die Reihenfolge der Stages frei aussuchen. Ich frage mich welches hier am einfachsten ist. Ich würde einfach mal Cutman nehmen weil soweit ich das richtig im Kopf habe war auch bei Dr. Wileys Revenge Cutman als Nummer eins war gar nicht so verkehrt. Okay. Die Farbgebung ist natürlich sehr gewagt. Ich glaube das White ist wirklich eins zu eins wie bei Dr. Wileys Revenge. Und ihr habt natürlich die üblichen Fähigkeiten. Ihr könnt laufen und schießen. Wobei natürlich leider ihr nicht nach oben oder und boah. Alter sind die hartnäckig die Gegner. Und schießen könnt ihr habt natürlich eine Lebensenergie und eine Waffenenergie später. In dem er hat die Sonder. Alter. Boah. Haben den fieses Pattern. Und das quasi gleich als ersten Gegner. Krass. Krass krass. Aber auch hier hört man die Megaman Serie ist ja auf jeden Fall für ihre gute Musik bekannt. Und 100% überzeugt mich das Liedstück hier nicht aber das geht schon ins Ohr ne. Alter. Boah. Okay. Stell mich natürlich jetzt auch doof an. So. Also einfach machen sie es hier nicht. Das war aber natürlich in den 80er Jahren durchaus normal. Das Spiele jetzt nicht so einfach gestaltet waren. Och ne. Und wie Spawner ging natürlich. Okay. Das war aber glaube ich auch schon immer bei der Serie Standard. Echt nicht einfach. Echt nicht einfach. Und ja genau. Also ihr bekommt wer von dem Megaman Serie noch nichts mitbekommen hat. Was wahrscheinlich die wenigsten von euch sein dürften. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Und zwar ist am Ende eines jeden Levels immer ein großer Boss. Und von dem. Wenn ihr den besiegt habt bekommt ihr seine spezifische Waffe. Und diese Waffe ist dann natürlich besonders effektiv gegen andere Bosse. Ne. Also ich sag mal so ganz grob zum Beispiel. Ähm. Wenn ihr eine Eiswaffe bekommt. Dann solltet ihr vielleicht denn als nächstes den Feuerboss einen Besuch abstatten. Denn mit Eis könnt ihr natürlich entsprechend Feuer löschen. So. Jetzt guck ich mal. Also so ganz blöd stelle ich mich gar nicht an. Also ist ziemlich fies. Aber mit etwas Übung. Scheiß okay. Also man kann Gegnern hier auf jeden Fall nicht weglaufen. Das merke ich schon mal. So. Ist das Rebsenergie? Weil die könnte ich gut gebrauchen. Also ich habe auch geguckt. Das hat ähm. Ich nutze immer die Seite GameFAQ. Das hat Vielkeitsgrad mäßig 4 von 5 Sternen. Das heißt es ist auf jeden Fall schon auf der oberen Ebene. Aber ich finde dafür stelle ich mich gar nicht so doof an. Okay. Es gibt es natürlich auch Slowdowns. Ist hier auf den alten Systemen nicht so unüblich. Das nehme ich mal an. Würde auch hier an der Gegneranzahl liegen. 4 Gegner die sich hier unabhängig bewegen ist natürlich. Zack. Hey. Vielleicht habe ich das Level ja sogar. Wie war es dir bei Loxagon? Schöner Wunsch auf jeden Fall. Ich habe in den ersten Teil nie reingespielt. So viel zu meiner Motivationsrede. Okay. Okay. Was haben wir hier? Also mit den Dingern hier komme ich hier ganz gut klar. Ich weiß es nicht, wie ich da jetzt hier hoch springe vernünftig. Okay. Das geht. Dann muss ich hier. Also der Abschnitt hier ist durchaus schaffbar, weil man hier so ein bisschen strategischer vorgehen kann. Ist natürlich nicht verkehrt. Okay. Was erwartet hier? Ich mache hier erstmal den hier weg. Okay. Diese Slowdowns, die Nerven hier natürlich jetzt etwas. Wobei das Spiel ist nicht in meiner Sammlung. Das Spiel ist hier gerade mit dem Emulator. Das heißt, ist natürlich immer so ein bisschen, hey, vielleicht liegt es am Emulator. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das Spiel hier einige Slowdowns hätte. Also nicht, so hoch springen und schießen. A und B drücken. Das habe ich natürlich auch schon verinnerlicht, was den Gameboy angeht. Okay. Das Level ist auch nicht so schwer. Also ich habe es mir ehrlich gesagt echt wesentlich schwerer vorgestellt. Sagt er und starb. Aber der Rücksatzpunkt ist... Ja, okay. Der Rücksatzpunkt hier war es etwas... Ihr habt es gesehen. Ich hatte da gar keine Zeit jetzt zu reagieren. Dass man da natürlich jetzt gleich sofort irgendwie Schaden rein kriegt, ist natürlich auch nicht so verkehrt. Ich finde hier von dem Level die Farbgebung Ehrlich gesagt so ein bisschen... Sollte es türkise. Ob man das jetzt so hätte unbedingt einsetzen müssen, hätte das NES vielleicht noch eine andere Farbpalette irgendwie hergegeben. Ich weiß, ne. Die Farben sind natürlich etwas eingeschränkt auf dem NES. Ist klar. So war es halt. Aber... Spielgefühl ist top. So. Macht Spaß. Nicht, dass ich hier noch zum Megaman fählen werde. Ich glaube, da einigermaßen ein Fullset von den damaligen Spielen zu bekommen, das kostet. Ich habe natürlich auch mal in die Megaman X Serie auf dem Super Nintendo reingespielt. Das war jetzt meine eigene Schuld. Ich glaube, das hier einfach... Was auch eine schöne Serie ist. Die ist alles natürlich ein bisschen erweitert. Darauf natürlich nur ein wesentlich höheres Bewegungsspektrum. Ach, steht. Man kann sich ja nicht ducken. Man ist natürlich... Es ist das erste Spiel hier aus der Serie. Später in meinem Teil können natürlich noch so schlittern und sowas. Was ist das los? Uuuuhuuhu... Freunde... Das wollte ich hier vielleicht einsammeln. Ich glaub, dann kommt hier bestimmt gleich der Boss, oder? Ich bin gerade selber überrascht, wie gar nicht so doof ich mich anstellen. okay der ist fies diese eine schadenspunkt der macht den kurs auch nicht erfährt würde ich sagen muss ich hier runter oder muss ich darüber immer hier runter natürlich so macht er viel schaden wäre natürlich so eine schlitteraktion gar nicht so verkehrt alles klar das ist okay es geht zum boss hey ich hab's blind oder ist das der boss normalerweise ist es auch vom boss immer hier sohn ich habe natürlich jetzt gerade viel glück ich bin da nicht selber von mir überrascht auch wenn ich jetzt wiederhole aber das ist schon der box oder ich habe zumindest etwas erreicht hier ich glaube nicht dass ich ihn schaffe okay ich wollte gerade sagen mal gucken was den bewegungspattern er hat aber ist ja klar seine schere dürfte natürlich vielleicht schafft man den ganz und das wäre natürlich nicht verkehrt das ist ja dass ich hier nicht sofort den okay jetzt unsere chancen vielleicht etwas höher ich bitte ich bitte etwas stolz ich habe keine ahnung wie man den boss hier erledigen soll okay jetzt die schere muss ich wahrscheinlich ausweichen bin ich zu doof zu okay ich habe doch nicht nicht so ganz wie wir seine sein sein seine schere wirft ja mensch ich bin gerade echt zu selber überrascht von mir dass ich das geschafft habe ich würde sagen ganz kurz schauen wir ja was wo kann denn hier die diese scheren denn mal ich habe keinen bock auf ein eislevel wir wollen ja mal ganz mehr keine ahnung ob das wie eine richtige kombination ist muss man natürlich eigentlich auch vorbereiten ja hier ja ich habe jetzt zumindest nicht komplett verkackt immerhin immerhin das ist dann halt hier die schwächende waffe ich will sie mal nicht ausweiten geht ja meine waffe energie weg wenn wir brauche ich das ja noch missinterpretation meinerseits ich dachte das wäre schon die plattform game over okay gut und das haben wir immerhin ein level reingeschaut es ist macht spaß also ich glaube megaman müsste ich mal mein eigentliches sammlungsgebiet ist ja wirklich gameboy ja mal gucken was jetzt der gameboy teil kann vielleicht muss ich da mal etwas aufstocken haben wir also megaman 5 ihr merkt schon die musik ist einfach klasse da groovt man sofort im prinzip super rein das ist natürlich so ein bisschen missinterpretation vielleicht also es gibt zum beispiel auf dem gameboy teile wie megaman dr wildest revenge was so eine eigenentwicklung für den gameboy war dann kann man sich ja vielleicht denken okay diese megaman teile gibt es ja 2 3 4 und 5 sind indirekte ports von der nes version soweit ich weiß wobei ich jetzt betonen muss ich habe da leider nur ein gefährliches halbwissen was die serie angeht sind aber nicht 1 zu 1 portierung sondern so ein bisschen inspiriert davon aber nicht 1 zu 1 portiert korrigiert mich wenn ich da jetzt was falsches gesagt habe ist glaube ich soweit ich weiß der letzte teil ok ja der stage select bildschirm ist ein bisschen stylischer gemacht aber gibt es ja einen cutman ne nur 4 leveler ok keine ahnung ich nehme mal inia keine ahnung was für einer das ist also hier sieht man schon da ist habe ich weiß wie sich viel zeit verstrichen mercury ist der boss ok ne das ist beides dasselbe ich muss mal gucken ob man hier so schlitteren kann oder sowas ich glaube nicht das ist grafisch nochmal etwas wesentlich auffälliger gemacht ich muss ja gerade etwas aufpassen weil hier kommt über diese boxen runter kommen die kommen bestimmt runter hier die stacheln ne ok oder auch nicht ok also es gibt auch jeweils slowdowns aus der hölle also in diesem level scheint hier eher die umgebung der gegner zu sein sage ich mal und nicht unbedingt die gegner ja macht Sinn macht Sinn Panda hier muss ich wahrscheinlich runter dann dachte ich weil jetzt in den anderen konnte man ja immer zur seite dass ich jetzt so ein bisschen an die seite lenke boah ich habe nur zwei leben krass also meiner sammlung findet sich auch tatsächlich nur das Dr. Whitey's Revenge was ich da damals hatte weil die mega main spiele auf den gameball glaube ich auch teilweise relativ teuer sind wobei natürlich man bei mega man beziehungsweise im japanischen hast es ja rockman das geht ich im kopf habe natürlich auch da auf die japanischen version zugreifen kann weil viel text ist hier nicht und weil ich weiß sind diese entsprechend günstiger ne es gibt es jetzt immer so in einigen sachen ähm das japanische version halt günstiger sind und wenn ihr das das spiel auf modul haben wollt wenn die sprachbarriere halt nicht allzu groß ist dann könnt ihr da immer getrost drauf zurückgreifen das denn hier ach das wäre was zum einsammeln das war noch der Rest vom Gegner ah ok also a und b zusammendrücken denn schlittert ihr ja okay der portiert sich oh alter das ist aber fies das ey fuck weil hier dieses weil dieses band natürlich sich bewegt das habe ich bei gamefuck geguckt das hat nur schwierig als grad 3 von 5 das heißt theoretisch ist es das NES spiel von der userbewertung schwerer als das finde ich persönlich jetzt aber nicht ehrlich gesagt mag vielleicht auch mit dem level irgendwie zusammenhängen plus natürlich irgendwie gameboy bedingt läuft das hier natürlich alles etwas langsamer ab ne ihr seht schon so ein bisschen man geht hier läuft ja schnell na komm hier rauf so ich will nicht zu weit laufen sonst ne ihr kennt selber man übersteuert und ist dann schnell dem abgrund nahe zack ok das hab ich gut hingekriegt ich bezweifle dass ich hier in knapp 10 minuten irgendwie einen Boss erreiche ihr müsst hier zumindest ist das meine Theorie auch so ein bisschen level auswendig lernen also mega man hat wirklich klasse soundtracks fast durch die banke weg würde ich sagen das fällt mir jetzt kein an wo man sagt vor allem ist überhaupt nicht gut die dinger sind immer zumindest gut oder sehr gut so hier pass ich schön auf ach dem Ding kann ich gar nicht ausweichen ok das ist so wahrscheinlich die späte Rache irgendwie na komm her, schlittert da durch ah man muss da unten und spring drücken dann schlittert man dann kann ich das hier auch mal ein bisschen besser einsetzen um hier den Freund hier zu entkommen das ist natürlich nicht verkehrt ne boah damit gehts denn locker ne man muss nur halt mal alle Werkzeuge einsetzen die einem zur Verfügung stehen ich glaube ich muss mich wirklich mal mehr diesen Mega Man Spielen widmen auch wenn man da natürlich entsprechend etwas mehr Ausdauer braucht ok das ist natürlich krass hier wie besiege ich den hier am besten das gute ist natürlich ihr habt kein Zeitlimit immer ok ich muss den hier oben treffen ne dann gehe ich wahrscheinlich so nach unten zack zack naah das wollte ich natürlich nicht ich wollte hoch springen schießen und zurück gehen aber ich würde sagen äh wir schauen uns doch einfach mal ein anderes Level an mit dass hier mal ein bisschen Abwechslung reinkommt aber das finde ich auf jeden Fall wesentlich schwerer hier ich nehme mal hier den den Freund hier mit der mit der Kanone auf dem Kopf schadet nie würde ich sagen die Mars uh bin ich gespannt das ist natürlich alles so ein bisschen mechanisch ne wenn ich natürlich ja gleich an das mein geliebtes Warhammer 40.000 Universum erinnert da ist der Mars ja auch so die Industrienation Nation Welt quasi daher passt das hier einigermaßen wow also diese Verfolgerraketen hier ist eher die Gegner die Gegner und nicht die Level Architektur und das finde ich auch ziemlich cool das je nach Robotermeister ähm gar nichts so die ganzen Levels natürlich entsprechend gestaltet sind und alle so ein bisschen ein anderes Spielgefühl haben ne also also Slowdowns aus der Hölle äh Leute die die ihr das das Spiel physisch habt auf dem Gameboy sind eigentlich Slowdowns auch so schlimm? aber das ist echt heftig okay ach der Leiter die habe ich gar nicht gesehen das habe ich gar nicht so wahrgenommen okay ja ich warte mal lieber ab bis der da irgendwie äh so ist dass ich dass ich ihn killen kann okay vielleicht nicht so vielleicht nicht so so zack also damit mit dem Spiel hätte ich definitiv Spaß gehabt damals ähm also hier einfach nur durchlaufen und alles umballern außer hier bei der blöden Schildkröte da kann ich nur verlieren das führt euch nicht immer zum Ziel ach man kann die Raketen abschießen gut zu wissen so also mit Slowdowns ist es echt man ist es ja als Retro Spieler gewohnt aber äh ab und zu ist das schon das unterbringt halt so den Spielfluss ne so und das ist natürlich dieser ich nenn es mal Raketenhunde irgendwie Hunderoboter gar nicht so das oh ich dachte ich habe ihn im Lockdown quasi so mal gucken also gefühlt liegt mir das Level auf jeden Fall besser als das vorherige ich muss mich irgendwie bisschen besser auf das Pattern von dem hier einstellen so das sah elegant aus oder das sah doch elegant aus oh ok wenn man direkt daneben steht wenn man sie erledigt hat denn bringt sie einen mit um was ist das denn hier ok ich muss mich hier wahrscheinlich die Plattform scheint es also Zwischenbosse zu geben ähm uff wieder am Anfang ähm ich guck gerade aber auf die Uhr 10 Minuten sind vorbei ich werde das Video nicht zu lange machen ähm also gefühlt auf jeden Fall schwerer aber irgendwie ähm für mich natürlich als Gameboy Fan etwas mehr Charme in den Slowdowns wie gesagt wenn ihr mal die Erfahrung habt ab in den Kommentare damit würde ich mich mal interessieren und ansonsten würde ich sagen habe ich mich glaube diese Folge gar nicht so schlecht geschlagen oder was meint ihr auf jeden Fall ihr beiden vielen Dank für eure Wünsche falls ihr auch Wünsche habt egal ob 8 oder 16 mit ab in den Kommentare damit und äh ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag egal was ihr noch vor habt ihr fantastischen Menschen Tschüss